So Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu einem anderen paar Adlers bei My Hero One Just. Ich bin aus eurem Zimmer Fix. Wir sind hier gerade wieder in der Schurkenkabanne und sind jetzt hier nach den Ereignissen, wo unser Schurkenleger hier erfolgreich Bakugo entführt hat. Und ja, wir werden jetzt hier Bakugo erstmal zeigen, dass er sich nicht einfach so auffüllen kann, der Schurkenleger. Ansonsten gibt es hier nämlich einen schönen Prügel und das tun wir ihm jetzt auch zeigen. Kannst du ihn nicht einfach hier mit uns anlegen, der kleine Punk hier. Das war's für mich. und ich habe einen Einzelnen, was ich selber zu sagen. Ich bin mir das, was ich zu gewinnen. Ich finde, dass du auch zu gewinnen, was ich zu gewinnen? Das ist das nicht so gut! Ich bin der Allmite, der ich mich für gewinnen, als ich bin. Ich bin mir das nicht verletzten. Ich bin mir das nicht verletzten. Bist du ja ein bisschen in der Unterzahl, oder? Bakugur, führ dir ja nicht so auf, Mann, wenn du hier mit dem Chef rätst. Alter, was ist denn das für eine schöne Attacke, Mann? Die Attacke ist nice, Mann. Das müsst ihr ihn halt nur noch treffen. Bäm! Leute, wir machen das jetzt übrigens cool. So, und zwar mit dem Move, weil ich habe jetzt ein bisschen, ich kämpfe immer so ein bisschen aus-screen. Einfach zu schauen, was das ist. Und es ist nämlich ganz geil, wenn ich es schaffe, hier ihn viermal zu erwischen. Dann wirkt hier seine Hand nämlich, seine wunderschöne Kraft. Und das, was? Instakill ist es nämlich dann. Viermal greifen, Instakill. Schöne Fähigkeit. Bagugur, äh, pass auf, Mann. So. Aber leider keine S-Ranking, wahrscheinlich, da waren wir jetzt nicht gut, aber, hm, ciao zum. Schöne Fähigkeit. Schöne Fähigkeit. So, Bagugur, pass auf, Mann, wenn du mich anlegst. Okay, Leute, nun kommt aber All Might und wir dürfen uns auch so ein bisschen bespielen. Äh, ich will Darby. Darby ist nämlich der Überpause mit seinem Feuerball, den man nur auf die Gegend schmeißen muss, Mann. Obwohl, eigentlich wäre natürlich Toga geil, weil die können sich in All Might verwandeln. Und wäre sie da nicht eigentlich ebenfalls der stärkste Held auf der ganzen Welt? Eigentlich Schöne Fähigkeit. So, schauen wir, ob du deine Versprechen auch einhalten kannst. So, schauen wir, ob du deine Versprechen auch einhalten kannst. So, für ein Darby, verdammt nochmal, Mann. Darby ist cool, Mann. So, nein, Arsch, Alter, wir sind super, Attacke. Alter, ich hausse es gegen All Might zu kämpfen. Nein, nein! Oh, zum Glück, Mann. Das wäre nämlich, äh, sein 300-Punch-Kombo da gewesen. So. Aua. Komm schon. Und jetzt, Mann. Yo, endlich mal mit Darby, ihr finish halt. Komm. Da muss ich noch ein bisschen Hümbel vor dir mit uns anlegen. Oh, äh, oh, äh, oh, Mike, Mann. Ey, Darby ist wie ich kann, sind so krass, Mann. Und das sieht immer so cool gelangweilt aus, Mann. Mit so einer verbrannten Haut, ja. Es, 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 es. Amazing. Amazing. Voll gelangweilt. Aber, Leute, ihr wisst, was weitergeht und wisst, wen wir gleich spielen. Oh. Hmm. Tja Shigaraki, aber wie gesagt, ihr wisst wen, er ist ja nicht der Boss, der Boss ist immer jemand ganz anders und den werden wir wahrscheinlich jetzt gleich spielen können. Das kommt erstmal noch ein Video, um dann Zeit zu handeln, oh Leute, ihr wisst wer kommen wird. Du hast nicht geholfen. Es war schwer, Shimura Tenko-kun. Das... 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 DdM3 DdM3 D3 Gehra! Gehra! Der Mann ist jetzt wo? Gehra! Du bist okay. Ich bin. Du bist... Du bist... Du bist... Du bist... Du bist... Lasst erstmal... Du bist... Ich bin... Junge... Die Gitarren... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Du bist... Ich hätte gerne einen Schwer. Ich würde mich nicht nur aufhören, was ich... Ich würde mich nicht mehr bewegen. Was hat sich denn noch passiert? Aber ich habe mich nicht mehr als ein Mann gehalten. Na, jetzt machen wir es. Pongsa, beginnen wir. Ich habe noch nicht verloren, Tohmura. Aber ich kann mich nicht wiederholen. Ich kann mich wiederholen. Ich kann mich wiederholen. Ich bin für mich. Ich bin für mich. Ich bin für mich. Ich bin für mich. Ich kann mich wiederholen, All Might. Ready? So, und damit spielen wir uns endlich gegen Bösewicht. Höchstpersönlich. All for one. Ihr seht, ihre Attacken sind irgendwie ähnlich, gell? Beide sind halt überpowered. Unfair, aber ich bin unfair. Besonders dieser Attacken ist so schön, Mario. Ich habe ihn schon ein bisschen gespielt hier. Man hat ihn ja nach der Helden-Kampagne freigeschalten. Er hat echt krasses Skills. Zack. Besonders dieser Skill, der ist so cool, Mann. So. Was auch ganz... Oh, was war denn das für ein Mide-Attacken? So. Genau. Das sind so schöne Attacken, Mann. Aber All Might hat halt immer diese Marine-Kombos, Mann. Wieso denn eigentlich zwei Balken voll? Leute, ich drücke L1. Wo ist meine Abwehr? Macht so hart viel Spaß, Mann. Macht so hart viel Spaß, Mann. Ich laufe nur... Ich werde nur weggeschleudert. Ich stehe auf und werde wieder geschlagen. Der Gegner läuft weg. Aber ich kann das auch nämlich unverspielen. Was? Fa... Fazuelle, Mann, Spiel, Mann. Fazuelle, Spiel, Mann. Ernsthaft, das ist Cheaten, Mann. Ich drücke... Ich habe einen Perfect Guard. Und was habe ich davon? Von so einem scheiß Perfect Guard? Tja, ich halt nimmer seine Fähigkeiten, Mann. Man tue ich einfach madig kämpfen, Mann. Ich kann nämlich madig kämpfen, Mann. Das müsst ihr mir schon glauben, Mann. Ja? Ich kann schon so wieder kämpfen, Mann. Wenn das... Wenn das cool ist? So. Wenn ich... Wieso gehen seine Schläge durch meine Schläge durch, Mann? So. Aber wo mein Perfect Guard halt hin verschwunden ist. Das verstehe ich halt nicht. Denn sowas nervt halt echt, Mann. Aber gut. Ey, Leute. Ich sag ja... Ich kann schon gewinnen, Mann. Ich kann fast perfekt gewinnen, Mann. Wie ihr seht, Mann. Aber ich will halt immer Fähigkeiten zeigen und cool sein, aber lohnt sich gar nicht, Mann. Und für das Spiel, da gibt es viel besser Wertung. So. Ja. Genau, All Might. Nimm mal schummeln, Mann. Jetzt wird ernst gemacht. Ich bin aber... Ich bin so schlecht. Du kannst das auch noch nie mit dem Kano. Wie kann es so noch nicht sehen? Ich habe das Schmerzen und Kinole ausgesprochen. Ich habe das Schmerzen. Du kannst du, ihr? Du kannst das einfachen. Du kannst du, ihr? Ja, das ist gut. Du kannst du, ihr? Und du kannst du nicht ausgesprochen, Mann. Jetzt wird er aufgeräumt mit dem verdammten neuen Weitmann, mit seinem maligen Kombi ist er immer gescheidet er durch meinen Attacken, es geht gar nicht. Genau, so, blöd man Brille, die sieht gut aus. Okay Leute, bevor wir jetzt aber erstmal weitermachen, in den Werten Bakugut und fertig machen, machen wir nochmal einen kleinen Karten und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit MyWareOneChast. Bis zum nächsten Mal, just this übrigens. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.